Herzlich Willkommen bei der Silvaner C. Wir fahren heute TP Power. Arne? Ja bitte, was möchtest du? Er kann es wieder nicht, ne? Haben wir eine halbe Stunde abgesprochen, was er jetzt zu sagen hat. Er kann es immer noch nicht. Ich war nochmal im Text, Entschuldigung. Tenchok Motoren waren ein Problem zu bekommen mittlerweile. Der Vertrieb in Deutschland ist eingestellt. Wir haben uns was Neues überlegt. Im Talion ist jetzt ein TP Motor drin. Mit Speed Übersetzung. Du hast einen 17er drin, ne? Ich habe einen 17er Ritzel, genau. Und dann den Tenchok X802 2200 kV. Ja, ich habe 2100 kV, ein bisschen kleiner geritzelt. Wir testen jetzt mal TP Power. Preislich sind die ungefähr identisch zu den Tenchok. Das könnte interessant werden. Lass nicht lange schnacken, lass uns mal fahren. Schnacken, Kopf in Nacken. Arne fahren wir los. Kann ich nicht. Achso. Schieb mich mal. Das staubt ganz schön. Lass mal den Wind verziehen. Sonst fahre ich dir gleich wieder ins Auto und ich bin schuld. Du bist sowieso schuld. Let's go Tenchok. Tschüss. Alter, ich stehe in Talion, ne? Oh, Moment, 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 mein Auto, mein Auto, mein Auto. Jetzt ist ja wieder die Karolose. Ich kann kürzen. Nicht auf meine Schuhe. Hahaha, war der geil. Läuft noch nicht so gut, wie ich das dachte. Oh, ich hab's gesehen. Oh, ich hab's gesehen. Oh, ich hab's gesehen. ich sehe mein auto nicht vor lauter staub heute geht gar nicht, heute ist av racing style der macht richtig laune jetzt mit dir komm also für backflips reicht die speed übersetzung beim tallion mit den badlands definitiv nicht aus ja ja reicht definitiv nicht aus wir machen jetzt mal 6s rein es könnte natürlich auch der scheißakku von arne sein weil ich musste mir gerade mal ein 4s leihen ich baue mal eben um ich habe jetzt mal ein messgerät mitgenommen zum temperatur messen 66 grad eben hatten wir 73 das ist schon ein bisschen sehr viel für 15 zu 50 wir machen mal 6s rein so der tallion hat jetzt 6s drin sls 5000mAh 40c bam ich bleib bei 4 du bleibst bei 4 own ...! ha hohohohoh Alter, ich mach doch gar nichts. Was machst du denn da? Ja, komm mal, du flogen hier. Wie weit gehst du so bis hier? Ja, geh nochmal drei Schritte zurück. Das hat teuer geklungen. Was hast du da? Ich hab das auf Video. Also wir haben hier einen Knochen. Das war ein ganz böser Einschlag. Leg mal auf den Rücken. Hinten sieht alles gut aus. Da sieht auch alles gut aus? Nee, da sieht gar nichts gut aus. Das ganze hintere Diff ist abgebrochen. Alter. Da hast du das ganze hintere Diff verloren. Oh, das seh ich jetzt auch gerade. Und ne Schraube. Jo. Aber 6S, TP, da geht schon was, ey. Weil die Schrauben zu kurz sind. Ja, ich vermute auch. Die Schrauben sind zu kurz. Tja. So, wir sind raus. Ja, ich bin noch online. Er hat gerade mit dem Handy gefilmt. Aber 6S im TP, das ist schon, das ist ein Killer, ey. Gut, der ist jetzt gerade echt doof aufgekommen. Shit happens. Ne, rausgerissen, ja. Danke fürs Zuschauen. Bis nächste Woche bei das Film war was. Bis nächste Woche bei das Film war's.